moin leute was geht hier ist wieder euer geist in dem heutigen video geht es um eine neue geleakte herausforderung in der man insgesamt 5500 ep verdienen kann bei dieser herausforderung müsst ihr euch entweder im elendsviertel oder im obstgarten mit schildern oder normalen verbändern oder madkiss oder sonst was sein leute ich werde euch jetzt beide locations zeigen und ja das war es dann auch schon mit dem video falls euch das video gefallen hat leute schreibt es mir in die kommentare haut den daumen nach oben und falls ihr noch kein abo da gelassen habt vergesst nicht zu abonnieren und bis zum nächsten mal abo da